hallo auto rennzeit shikarit flag oder wie das ausgesprochen wird von konami das ist ein reines arcade ding da saß so ein arcade drin mit dem lenkrad so wie das da aussieht auf diesem bürtchen nicht auf der seite ist das ja es gibt auch ein spiel unter denen haben für ein spektrum und für den jaguar ich weiß aber nicht ob das ist weil als konami spiel wird nur das arcade aufgeführt und die haben auch einen anderen cover drin ist so ein top-down autorennspiel und ich vermute mal das wird richtig heavy werden mit stick zu spielen weil die sind ja eigentlich schon so ausgelegt spieler ding mit dem lenkrad da bin ich jetzt mal gespannt wie die anstellung wieg da verkacken werde ist zum blind gaming so ein paar kleine zeit drin ist schon dann gucken wir mal hier ist und mäßig ist aber ok kommt müssen sonntag also besser die gumma gas gehen also das sind zeit limit ok alter wo das hier war heute sei zu stark gebremst ok also ok der sound scheint von dem spiel aber nicht korrekt zu sein also du hörst ja bloß irgendwie so ein ja irgendwas die musik irgendwie so und ich habe schon verloren ja da ist nichts ja also da ist ein soundpack drin auf jeden fall wie es aussieht ich mache mal ein bisschen lauter so aber das ist ein soundpack also das ist nicht sauber die musik die soll bestimmt nicht so sein wie sich da anhört ich mal ohne geräusche irgendwie sowas ne würde ich mal sagen das passt nicht ganz das ist nicht korrekt ist egal ist das ist jetzt so wie es ist ich habe keine andere version also läuft hier auf dem maim das ding wie es sich gehört und ich habe es immer schon umgelegt und irgendwie mit pit stop es war noch drinnen alter lässt sich schwer fahren es ist nicht 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 schwer fahren Ich geh mal von aus, es wird ein Original auch mit Pedalen gewesen sein, vermute ich mal. Oh, Alter. Mein, okay, unten wird die Strecke angezeigt. Also ich hab keine Zeit, da rauf zu gucken. Pitstop, äh, hab ich nicht geschafft. Scheiße, ich wollte Pitstop machen, weil ich so ein bisschen komponiert bin. Oh, ich hab da eine Schadensanzeige und es ist auch wirklich irgendwie so, eine Reihe Runden muss ich wohl schaffen, in der Zeit. Oh, scheiße, ich dachte, ich würde jetzt einen Pitstop reinnehmen. Ja, jetzt würde ich ja. Komm, Fahrrin. Nein, scheiße. Nicht gepackt. Ey, es macht aber Spaß. Eins, was jetzt gerade wirklich ein bisschen nervt, ist halt der Soundbug. Ey, geh mal stark von aus, da werden Motorengeräusche mit bei. Ja, komm, spielen wir nochmal. Also das ist gut, es macht Spaß. Probier's mal nochmal, vielleicht schaff ich's jetzt. So, es kommt mit Gas, gib Gas, du Sau. Und die Grafik finde ich auch hübsch gemacht. Ah, wieder herangekommen. Scheiße, ey, ich muss das echt mal irgendwann deaktivieren. L3. Ach, kacke, was war das jetzt? Eben, total verhauen. Oh, schaff ich's. Uiuiuiuiui, das war aber knapp. Ach, scheiße, ich dachte, bei dem komm ich noch vorbei. Ja, und du musst das Lenkrad einschlagen lassen. Ist ja auch okay, aber du merkst halt von der Steuerhund, das ist halt für Lenkrad ausgelegt. Und das hat bestimmt Spaß gemacht. Ich find das Ding echt ganz nice. Äh, so, jetzt mal. Äh, ja, jetzt schaffe ich eh nicht mehr. Nein, scheiße. Äh, haben wir mal noch einen dritten Versuch. Ja, sonst wird das Video zu kurz. Ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, ich probier so ein Ziel irgendwie, also 10 Minuten soll das schon werden hier mal. Ich mein, es ist ja auch nicht schlecht, das Spiel, bloß es bringt euch ja nichts, wenn ich hier bloß verkacke, dann kriegt ihr mal so, hey, der Lust ab, der Lust ab, der Lust ab. Oh, scheiße, voll gerammt. Oh, und wieder gerammt, ey. Weil, die Drehen am Sensor, sie macht Windeck. Ey, ich denk mal, bei denen hier, wo ich gerade mich wieder so doof angestellt habe, ist, da halt Pitzstopp rin geht, wirst du, und irgendwie abfahrt ist. Also nicht hier, Probe, ich fahre mir nötig nicht, wieso. Boah, wieder zu stark eingelenkt, ey. Ja, das werde ich nicht schaffen. Auto ist schon ziemlich putt, wie es so aussieht, der scheint auch nicht mal, ja, Engine ist kaputt, ja, aber steunigt die auch nicht mal richtig. Oh, fuck, 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 fickt ihr, ne? Äh, ich hab mich jetzt auch, Entschuldigung. Okay, also mit der Zeit nicht erreicht mit dem Pitzstopp, keine Ahnung, viel Zeit war eigentlich mit dem Pitzstopp, ohne Obraus, ey. Ach, komm, noch einen Versuch mach ich jetzt nicht, weil, ich glaub, ich krieg das nicht auf der Reihe. Ist aber ein gutes Spiel. Klassischer Top-Down. Von wann war das jetzt nochmal gewesen? Schon wieder vergessen? 88? Äh, Lalalala, ja, 1988. Und die schütterende Plattform, nur Arcade. Warte mal. Ah, Moment, das gab dann noch, ja, aber für welches System? LCD Handheld-Version, äh, wirklich Handheld-Version steht hier? Mal gucken. LCD Handheld-Version gab es 1990 von dem Ding. Ach, dann ist das vielleicht... Äh, Jaguar-Giftebedingung natürlich auch. Da gab es auch ein Spiel mit dem Namen. Die gehört wohl zu einer Spiel-Serie, Blades of Steel. Äh, okay. Steht hier wiederum nicht. Äh, ist egal. Jedenfalls schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und dann bis zum nächsten Mal, macht's gut, wa? Euer Olli, ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020